Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Swidermorris! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie lange habe ich das Spiel hier schon nicht mehr gespielt und ich werde geblendet von der Sonne! Es ist heute ein wunderschöner Tag, während ich aufnehme und ich werde geblendet! Ich sollte Rollo runter machen, egal, hätte ich vorher dran denken sollen. Pfeift mir jetzt drauf! Ihr habt es euch gewünscht, ihr wollt die ganze Zeit Swidermorris! Jetzt kommt Swidermorris wieder! Melanie, machst du mal wieder Swidermorris? Ja, verdammt! Ich mache Swidermorris! Aber auch nur, wenn ihr dann endlich ruhig seid! Also nein, nicht ruhig sein! Ihr könnt von mir gerne weiter in die Kommentare schreiben, wie toll ihr irgendwelchen Jungen und so findet! Das finde ich nicht schlimm! Nur es nervt irgendwann, wenn man wirklich ständig neue Kommentare bekommt und man denkt... Oh, jemand hat unter meinem Video kommentiert! Oh, es war nur wieder Swidermorris und wann ich dann mal weitermache! Wisst ihr, ich bin nicht nur ein Swidermorris-Kanal! Ich habe auch noch andere Videos! Also, wenn ihr empfehlt euch auch noch mehr von mir sehen wollt, schaut euch doch einfach meine anderen Let's Plays an! Ja? Bitte? Vor allem bin ich im Moment gerade sehr im Telltale-Fieber! Deswegen wird es davon auch ziemlich viel geben! Außerdem will ich auch ein paar Horrorspiele mal aufnehmen, weil es ist immer sehr lustig, wenn Leute sich Angst haben! Und ich bin Feigling! Wer das noch nicht gewusst hat, ich bin Feigling! Und... Alter, die Sonne nervt! Egal! Ich glaube, ihr könnt mich gerade sowieso nicht richtig erkennen, aber egal! Ähm... Ich habe mich umgezogen! Ich sehe super süß aus! Finde ich zumindest! Kann die Sonne ein bisschen weiter rutschen? Ähm... Ich finde das Outfit wirklich schön! Da habe ich mir was Süßes zusammengestellt! So, ich habe keine Ahnung, ob ich die Episode schon auswärts hin gestartet habe, denn ich stehe seltsamerweise vor der Schule! Wenn ja, tut es mir leid! Wenn nein... I don't know! Hey, ich habe ein zu finden, ein Objekt gefunden! Echt? Ich habe die Fee... Nee, ich habe... Hier habe ich die Fee gefunden! Hier nicht! Aber ich habe ein Objekt gefunden, das ich suchen musste! Okay! Hatten wir das fast perfekte Dinner? Hey, habe ich da nicht aufgehört! Ich bin gerade sehr verwirrt, also nicht wundern! Hä? Moment! Ich kann es ja ganz leicht an den Episodenbildern herausfinden! Äh... Wupp! Wir hatten... Das fast perfekte Dinner! Ah, okay! Da kam das Episodenbild mit dem Kuss her! Okay, dann haben wir das wohl durch! Schön! Annie macht gerade irgendwas kaputt! Auch gut! Und wir starten jetzt einfach mal rein! Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen! Ich bin vor der Schule und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss! Anakin, leg einfach hin! Ich mache das gleich! Leg einfach hin! Ich mache das gleich! Leg mal aufs Bett! Ich mache das gleich! Nein! Anakin wird ein Handwerker und muss hier weiter rum was sind! Na, okay! Gucken wir doch einfach mal, was wir machen müssen! Ich habe keine Ahnung! Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen muss! Ich habe total vergessen, wo ich war! Ich wüsste nicht mal, dass ich das Spiel gestartet habe! Aber gut, anscheinend habe ich es! Ich mache ein bisschen Musik an! Bisschen sehr laut! Oder ich mache einfach dann im Hintergrund irgendwelche schöne Musik rein! Wir werden sehen! Hi, Schatz! Hi! Och, musst du gerade mal handen! Ach, Annie ist heute sehr anhänglich! Geh mal ein bisschen spielen, Schatz! Wo ist Benjamin? Wo ist Benjamin? Geh mal Benjamin suchen! Ich höre ihn die ganze Zeit! Geh mal suchen! Aua! Erliebnis unter Fingernärger zu gehen! Das tut mir leid! Und das tut ein bisschen weh! So, steilen wir mal durch! Oh, das ist doch... Oh, das ist der kleine Bruder von... Iris! Wenn ich mich recht entsinne! Hey Melanie, wie geht's dir? Hey Thomas! Mir geht's gut! Was machst du hier? Was machst du hier, kleiner Kerl? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern... Äh, äh... Ich kann nicht reden! Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass... ... man ihn in der Episode trifft, aber gut! Oh, er ist so niedlich! So klein... Ich muss ein bisschen über beide Ohren grinsen! Hey, du niedlich! Das hört man selten! Wie meinst du das? Normalerweise sagen alle automatisch gut und dir ledige ich als Höflichkeitsfloskel! Aber bei dir habe ich den Eindruck, du meinst das völlig ernst! Schön, das zu hören! Wow! Dieser Junge hat Ahnung! Das wohl ist es wirklich meistens so... Ja, mir geht es gut und dir so als Höflichkeit! Aber eigentlich geht es einem meistens dann total schlecht und man will es einfach nicht zugeben! Aber... Ich weiß in der Regel sogar ernst, wenn ich frage... Ja, mir geht es gut und dir so... Weil mich interessiert es, wie es den Leuten geht! Ich glaube, dieser Junge wird nie aufhören, mich zu beeindrucken! Ich bin einfach nur gut drauf! Und? Und du? Was machst du hier? Ich muss zum Gitarrenunterricht! Kommst du mit? Vielleicht kannst du so noch was lernen! Ähm... I don't know! Soll ich mit dem kleinen, jungen Bruder von meinen Freunden... Von meiner Möchtegärten-Freundin... Nein, ich habe ihre Süd... Von meiner Freundin wirklich, dass wir... Äh, 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 äh... Welche Episode sind wir eigentlich? 29 sind wir! 29! Episode 29! Au! Sind wir... In Episode 30 kann man von den süßen Pulli bekommen! Oh mein Gott! I need it! Oh mein Gott! Oh, dein Liebes ist... Ist das süß! Ich werde Diva! Oh, schon, das kann man bekommen! Okay! 29! Autsch! Oh, dann bekomme ich dieses heiße Outfit! Äh... Äh? Äh... 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 Pria... Wieso wird es hier Pria eigentlich... Pria? Ist die... Ach... Die heißt auf Deutsch ja Pia, ne? Ähm... Englisch ist anscheinend Pria? Pria? Passt auch irgendwie besser zu ihr als Pia? Weil ich würde sie auch so ein bisschen so, ähm... Eher orientalisch sehen, vom Aussehen her. Deswegen Pria passt eigentlich sehr gut. So heiße ich, wenn es die Schwester von Rath aus The Big Bang Theory. Mal so nehmenwissen. Amber... Caputin? Who the fuck is Caputin? I don't know. Wer ist Caputin? Egal. Let's nice of you, but I can. My parents must be... Okay. Das gibt einen Pluspunkt. Cool. Okay. Freunden wir uns mit Thomas an, because he's so knuffig. Ich wollte nachher links gehen, aber da ist ja nichts. Ihr seht hier leichter gar nicht. Hahaha. Ähm. Ich hoffe, ich übersteuere mein Mikro nicht so sehr. Ich kann es noch ein bisschen wegmachen. So. Ich habe immer gedacht, dass ich mein Mikro so sehr übersteuere, weil ich automatisch... Mein Mikrofon ist so weit weg, ich schreie dadurch automatisch. Ich rede total laut, weil ich denke, ihr hört mich sonst nicht. Aber ich kann ja meine Lautstärke erhöhen. Von daher ist das eigentlich total bescheuert. Egal. Du bist lieb, aber ich kann nicht meine... Mein armer Stift. Meine Eltern warten bestimmt schon auf mich. Verstehe ich. Solche Sachen muss man im Voraus planen. Schade. Vielleicht ein anderes Mal. Ja. Vielleicht. Niemals. Bis dann. Bye. Alter. Das wird gerade so, als ob ich meinen Pod beenden. Das ist auch lustig. Ich muss daran denken, dass ich keine 30 Minuten Parts mache, sondern 15 Minuten, weil ich jetzt wieder muss, wenn ich immer 15 Minuten Parts gemacht habe und nicht 30. Wie sonst immer in meinen Videos. Na ja, dies mache ich wirklich sehr gerne 30 Minuten. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Muss ich nach Hause? Anscheinend muss ich nicht nach Hause gehen. Ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, warum das schon in der Episode war. Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich irgendwann mal versucht habe, aufzunehmen oder so. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Hier steht auch irgendwie überhaupt nicht, welche Aufgabe ich habe. Oh. Aufgaben. Finde heraus, was in der Schule passiert. Okay. Warum gehe ich da nach Hause? Gehe aus der Schule und ziehe zu dir nach Hause. Ich soll gleichzeitig herausfinden, was in der Schule passiert und nach Hause gehen. What? Sonne, könntest du mich bitte weniger blenden? Ich bin mir sicher, ihr kennt die Hälfte von mir nicht, ey. Wuppala. Moment. Ah, ich kann gar nicht gucken. Aber für mich sieht es nur noch auf dem kleinen Bild. Ich sehe hier ja ganz klein die Kamera. Für mich sieht es schon hier so aus, als würdet ihr mich nicht erkennen können. Weil ganz ehrlich, ich sehe so aus, als wäre ich ein Leuchtball. Dabei habe ich die Kamera schon extra dunkeler gestellt. Aber egal. Der Pulli ist sehr schön. Das ist so ein lila Pulli. Ich erinnere mich ein bisschen an Mabel's Pulli. Vielleicht werde ich irgendwann mal wieder Mabel cosplayen. Mal gucken. Will ich am nächsten. Aber zum Japan-Tag werde ich zum Beispiel Jessie. Female Jessie. Falls das jemanden interessiert. Ich werde zum Japan-Tag auf jeden Fall dieses Jahr wieder hingehen. Und ich hoffe, meine Freundin kann da auch dahin kommen. Denn dann machen wir einen Partner-Cosplay. Und zwar Female Jessie aus Minecraft Story Mode. Und Luke ist aus Minecraft Story Mode. Und machen ein bisschen Lucassi. Wer es nicht kennt, schaut euch meine Let's Plays an. Schaut euch meinen Minecraft Story Mode Let's Play an. Da wisst ihr, wovon ich rede. Oh. CD. CD wird geblendet. Toll, ich werde immer noch geblendet. Äh. Äh. So, jetzt werde ich nicht mehr ganz so schlimm geblendet. Hey, man erkennt mich wieder ein bisschen. Hahaha. So, ich mach mal weiter hier. Weg da. Meine Eltern sind zwar noch nicht zu Hause. Aber ich muss ja nicht gerade ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich habe gerade echt anderes im Kopf. Ich fass das nicht. Ich habe Cassie geküsst. An sich war es andersrum. Er hat uns geküsst. Und nicht ich ihn. Ihr müsst jetzt doch mit dem Kuss gestartet haben. Warum war ich schon mit in der Episode drin? Ich werde mal nachsehen, ob ich irgendwo Material habe. Und dann mache ich eine kleine Rückblende im nächsten Part. Von wegen, was eigentlich am Anfang der Episode passiert ist. Ich glaube, ich habe irgendwann mal versucht aufzunehmen. Und habe es dann doch nicht hochgeladen oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist viel passiert. Es ist viel passiert im letzten Jahr und so. 2017 war ein bescheidenes Jahr. Muss ich wirklich sagen. Und 2018 startet nicht besser durch. Ich hoffe, ihr habt übrigens schön reingefeiert. Das ist ein bisschen später. Aber ich hoffe, ihr habt schön reingefeiert. Und habt schönes Weihnachten und so gehabt. Und wenn jemand Geburtstag gehabt hat, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht. Ich bin wieder auf Droge. Eigentlich hatte ich überhaupt nicht Bock, Spider-Morris aufzunehmen. Aber wenn ich dachte, ihr wollt es unbedingt, mache ich es. Und jetzt bin ich irgendwie... Ich bin irgendwie gut drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht habe ich Spider-Morris vermisst. Ich weiß es nicht. Wer sich übrigens wundert, ich fahre mich ein bisschen aus dem Forum raus, weil ich wollte es wieder mal uns wirklich ein bisschen Abstand brauche. Ich weiß nicht, warum. Aber jedes Mal, wenn ich ins Forum gehe, werde ich depressiv. Ich weiß nicht, warum. Aber ich bin dann total so. Ich bin so lustlos. Ich bin depressiv. Boah. Furchtbar. So. Eigentlich hatte er mich geküsst. Habe ich doch gesagt, Mädels. Oh, ich sehe so beautiful aus. Irgendwann werde ich mal meine Sekretten cosplayen. Irgendwann. Und es war sogar noch schöner, als ich mir vorgestellt habe. Hatte. Als ich es mir vorgestellt hatte. Ich bin seine abweisende Art mittlerweile so sehr gewohnt, dass ich mich frage, wie er sich ab jetzt verhalten wird. Es macht mich richtig nervös. Werde ich so sein? Das frage ich mich ja auch, weil ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Ich habe wirklich keine Ahnung, weil ich habe mit meinem anderen Account, den ich echt nicht mehr benutze, ich glaube, den habe ich sogar gelöscht. Weil ich habe ja den Account hier eigentlich nur erstellt zum Let's Playen und irgendwie spiele ich überhaupt nicht mehr als Peter Moritz. Aber mit dem anderen Account, den ich mal hatte, habe ich nämlich Armin gedate, deswegen habe ich keine Ahnung, was hier alles passieren wird. Also, ich lasse mich überraschen. Aber ich fühle mich gleichzeitig auch unheimlich erleichtert. Ich gefalle ihm. Das habe ich nie geglaubt, aber jetzt habe ich den offiziellen Gegenbeweis. Die vielen Sorgen, die ich mir die ganze Zeit gemacht habe, wirken auf einmal alle so nichtig. Wie diese Feindseligkeit mit Pia zum Beispiel. Jetzt wirkt es ziemlich lächerlich. Natürlich, Pia ist eigentlich voll die Nette und ich glaube immer noch, dass sie eigentlich eine Böse ist. Ich habe immer noch die Theorie, dass Pia böse ist. Ich habe immer noch die Theorie, dass Amber Pia angesettelt hat gegen uns. Sie hat bestimmt noch irgendwie einen Plan. Okay, nein. Das wäre ein bisschen weiter geholt und ein bisschen bescheuert, glaube ich. Aber man kann ja nie wissen, man sollte alle mit Theorie in Betracht sehen. Sie hat sich mir gegenüber immer sehr lieb und verständnisvoll gezeigt. Ich sollte versuchen, in Zukunft objektiver zu bleiben. Als meine Eltern nach Hause kamen, war ich noch hilfsbereiter und freundlicher als sonst. Yay! Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und werde auf einmal super nett und hilfsbereit. Wuhu! What? Say what? No! Sie dachten, ich versuche mich für mein Verhalten letzten Samstag zu entschuldigen. Welches Verhalten? Welchen Samstag? Ich habe alles wieder vergessen! Höhö! Okay! Ich habe alles wieder vergessen. What's up? Ich muss schon sagen, das ist perfekt. Zumindest ahnen sie nichts. Hi. Nee, jetzt nicht Schoß. Ich nehme Gott auf. Am nächsten Tag habe ich versucht, meine Aufregung zu verstecken, aber es ging einfach nicht. Ich habe zum Frühstück keinen einzigen Bissen runterbekommen und mir fällt gerade ein, dass ich mein Handy aufladen wollte. MacName Let's Play. Ich wollte mein Handy aufladen. Hoppala! Habe ich total vergessen. Mach ich doch jetzt einfach mal. Ich bin so professionell. Seht ihr nicht den Professionismus in meiner Arbeit? Nein. Professionismus. Ist das überhaupt ein Wort? Ich glaube nicht. Jetzt erfinde ich schon Wörter. Hä? So lange Annie das nicht nachbleppert. Professionismus. Und ja. Ages of Death kommt auch noch. Wenn sich irgendjemand, der das hier guckt, sich fragt, ob Ages of Death irgendwann auch noch weitergeht. Ja. Ich bin dabei. Aber im Moment, ich wollte eigentlich auch noch ein Horrorspiel aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr Sarah is Missing kennt, aber Samuel Lack war es von denselben Machern und ich wollte es unbedingt let's playen. Ich habe es auch aufgenommen, aber Camtasia meinte so, nope. Wir haben die ganze Zeit Standbild. Es hat das Spiel nicht vernünftig aufgenommen. Ich weiß nicht, warum. Ich werde es nochmal versuchen und ich werde es mir vielleicht mit Bluestack aufnehmen dann. Also über Bluestack spielen, dass ich mir für Sandy nochmal kaufe. Und dann, Schatz, ich mache das gleich, ja? Und dann werden wir mal sehen, ob das dann vielleicht besser funktioniert. Wenn nicht, Shida aber auch. Oder ich versuche es mal mit Frebs, weil Frebs ist eigentlich auch sehr gutes Aufnehmen. Aufnahmeprogramm. Nur Camtasia war mir mal irgendwie ein bisschen lieber, weil, ich weiß nicht, irgendwie ist mir Camtasia einfach lieber. Weil Camtasia habe ich da direkt, dass ich das zusammenschneiden kann und bla 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 bla. Auf jeden Fall, weiter geht's. Ich kann keine Ohrringe mehr tragen. Okay, kann ich schon, aber... Egal, ich soll mal beim Tinner bleiben. Meine Güte, ey. Ich habe zum Frühstück keinen einzigen Bissen runterbekommen. Das klingt überhaupt nicht nach mir. Ich kriege immer was runter. Wobei, heute Morgen war ich wirklich so, ich habe irgendwie überhaupt nicht essen können. Ich habe so langsam, wie noch nie gegessen. Ich habe zwei Stunden für meine Schüssel voll mit Frühlingsflocken gebraucht. zwei Stunden. Ich weiß nicht, warum. Ich saß einfach nur da gesungen, gepuzzelt und essen wollte ich irgendwie nicht. Vielleicht nehme ich einfach... Vielleicht ist es einfach auch die Umstellung, weil ich versuche abzunehmen und... Ja. Ich habe schon drei Kilo runter. Von 100. Ich habe eine neue Waage und die hat mir mal eben so vor Augen geführt, dass ich eigentlich schon 100 Kilo wiege. Und dann sollen die Leute noch sagen, ich bin nicht dick oder hässlich. Warum mache ich dann eine Webcam? I don't know. Weil ich dumm bin! Haha! Ich habe ein ganz komisches Kribbeln im Bauch. Los, ich muss jetzt in die Schule und herausbekommen, was da vor sich geht. Naja, du wurdest geküsst. Also was geht da wohl vor sich? Das ist jetzt in einer Beziehung. Könnte es zumindest sein. Ah! Wait. Komm, ich nehme mal den Bus. Pfeiflos marschieren gehen. Ich nehme jetzt den Bus. So. Ich frage mich, ob Kessil schon da ist. Du! Ich mag Rosas neues Design irgendwie ja und irgendwie auch nein. Ich bin ehrlich, ich mag es irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie ihre Augen stören mich vielleicht, aber ansonsten geht's. Ist gewöhnungsbedürftig. Rosa? Ich entschuldige mich jetzt schon. Warum? Was hast du getan? What did you do? Alexi? Nie! Nie! What the hell? What the heck is happening? Sie ist wortwörtlich auf mich gesprungen und hat mich geschüttelt wie einen Pflaumenbaum. Oh mein Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Rosa, meine Güte, beruhig dich. Was ist los? Warum regst du dich so auf? Was habe ich getan? Sorry, aber Alexi hat mir alles erzählt. Ich kenne alle Einzelheiten. Okay, girl. Calm your titties. Calm down. Alles gut. Okay? Okay. Äh, 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 okay. Cool. Steht das jetzt unter Rosa oder Alexi? Okay, Rosa. Great, Alexi, I was counting on telling her myself. Ähm, ich nehme, denke ich mal, das Erste, weil Alexi bleibt es, glaube ich, gleich, wenn ich das so richtig deute mit dem Schrägstrichs. Von daher, ja. Und ich wollte es dir ja an sich selber sagen. Ich mal, Alexi, du hast mir diese Überraschung genommen und ich musste eigentlich echt aufhören mit dem Part, weil Annie schon nervt. Bravo, Alexi. Ich wollte es eigentlich selbst erzählen. Keine Sorge, ich weiß schon Bescheid. Hör auf, das ist doch einfach genial. Und ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Darf ich jetzt auch endlich mal was sagen? Haha, und wie war's? Wie, wie war's? Wie war was? Der Kuss schlammerisch und klebrig irgendwie. Ich glaube, er hat vorher irgendwie Kaugummi gekaut. Aber ansonsten, Feuerwerk und so, ne? Du weißt ja, du weißt ja, wie das ist. Du hast ja selber einen Freund, ne? Es war sehr schleimig und klebrig. Man sollte vor dem Kuss vielleicht kein Kaugummi gauen. Man darf ich für ein Mist. Also ich muss gleich echt aufhören. Annie ist kuschelbedürftig. Sie hat die Augen verdreht. Der erste Kuss natürlich, was denn sonst? Es war sehr schön. Alter, ich fühle mich gerade so, als würde ich gleich auf Kulokacken gehen müssen. Mein Hals. Es war sehr schön. Ich konnte nicht anders als runter zu laufen. So ein kleiner Melody ist verliebt. Halt die Klappe! Ich habe mich schnell umgedreht und geschaut, ob es auch ja keiner gehört hat. Ah ja, Alexi hat erzählt, dass du es geheim halten wolltest. Wieso? Ich möchte mir einfach lieber Zeit lassen und sehen, wie es läuft, bevor jeder meint, seinen Senf dazu geben zu dürfen. Das ist ja größte Bullshit, die ich je gehört habe. Macht, was ihr wollt. Aber wenn ihr mich fragt, dann lassen sie euch eher in Ruhe, wenn ihr mit der Sprache rausrückt. wo Alexi recht hat, hat er recht. Denn ganz ehrlich, die Leute werden neugierig bei Geheimnissen. Wenn man einfach offen und ehrlich ist, dann interessiert es die Leute einfach nicht. Ich meine, klar, Emma wird wahrscheinlich stinkig und mich so grobe, so Tode starren wollen. Aber ansonsten, meine Freunde werden mich beglückwünscht und fertig. Naja, die Jungs werden vielleicht ein bisschen eifert durch die, aber egal. Naja, egal. Wir erzählen Melanie eigentlich nicht, wie sie ihre Beziehung führen soll. Es ist wirklich noch ganz neu für sie. Sie soll erst mal durchatmen und ihren Freund treffen. Wo ist er eigentlich? Äh, keine Ahnung. Ich bin danach direkt nach Hause geflüchtet, weil ich solche Panik hatte, weil er mich plötzlich geküsst hat, obwohl er sonst ein kalter Penner ist und mich immer flach nennt wie ein Brett und so. Ich meine, ich hätte nicht erwartet, dass er mich küsst, aber gut. Wirklich aufgeregt? Nö. Wieso? Okay, dann lasse ich dich ihn mal suchen gehen. Ich muss los, meine Entschuldigung für gestern abgeben. Was war eigentlich los? Wo warst du? Moment, sie war nicht da, ne? Stimmt. Stimmt ja, wir wollten die ganze Zeit mit Rosa reden und ein Rad von ihr besorgen und sie war einfach nicht da, die blöde Pute. Annie ist sehr kuschelbedürftig gerade. Nichts Schlimmes. Mach dir keinen Kopf. Ich glaube, ich weiß, was los ist und mein Kopf denkt sofort pervers. Autsch. Nicht lustig. Ähm. Ich glaube, ich weiß, was los war. Ha, 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 ha. Jetzt habe ich hier den Eindruck, dass du es bist, hier was verheimlicht. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Das ist alles. Sie hatte Verdauungsprobleme. Na, schönen Dank auch für deine Diskretion, Alexi. Oh. Schade, ich hatte echt gedacht, sie hätte ein bisschen Spaß mit ihrem Freund gehabt. Ha, ha, ha. Wird ihr versteht, was ich meine. Ha, ha, ha. Zwei Tage lang? Annie, komm her. Ich hatte ein paar Probleme, wieder in die Gänge zu kommen. Dass sie tatsächlich zwei Tage krank war, hat sie nicht bestritten. Es lag also wirklich am Restaurant. Ich dachte mir auch schon, dass sie zu viel gegessen hat. Aber ich gehe nicht weiter drauf ein und ihr scheint es schon peinlich genug zu sein. Wie auch immer, wir sehen uns später. Beim Weggehen hat sie mir zugeswinkert. Cool. Okay. Schönen Dank auch. Tschüss. Verpiss dich. Ich gehe dann auch mal. Da gibt es ja noch jemanden, den du wiedersehen solltest. Ha, ha, ha. Alexi, du bist so typisch. Alexi ist gerade quasi wirklich die Wiedergeburt von schwul. Er ist wirklich so schwul. Man merkt es ihm einfach so sehr an. Er ist typisch schwul. Und das ist so niedlich. Deswegen habe ich ihn so lieb und will ihn knuteln. Ach. Entschuldigung. Warte, ich wollte noch wissen, du bist doch nicht sauer auf mich, oder? Quatsch, warum? Weil ich es dir noch nicht vorher gesagt hatte. Okay, ich gebe es zu, ich war am Anfang was eingeschnappt, aber ich verzeih dir. Ich kenne dich doch und ich will mir nicht einmal vorstellen, welches Chaos in deinem Köpfchen der schon muss. Jetzt, wo du dir endlich über deine Gefühle klar wirst. Es ist immer noch ein Riesen durcheinander. Im Moment bin ich so aufgeregt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe Angst, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll oder was ich machen soll oder beruhig dich. Alles wird gut. Wieso solltest du es auch nicht? Weil wir von Kessiel sprechen? Kessiel, die Wiedergeburt des Teufels. I mean, ich habe Beweise. Ich meine, ich habe Beweise dafür, dass er die Wiedergeburt des Teufels ist. Ich meine, hallo! Ja, die Wiedergeburt des Teufels. Und so gleich noch ein Vampir und ein Zombie und hier übrigens das Weihnachtsbild vom letzten Jahr, von 2017. Wunderschön. Und das ist so süß! Wait. Wait a minute! Ich dachte, Alexi wäre schwul. Warum hat er dann Mrs. Spike? Warum können... Okay. Hinterfragen wir das Ganze mal dicht? Alexi, hast du was zu beichten? Vielleicht tut er auch nur so, als ob er schwul wäre, damit er uns bekommen kann. Nein. Komm her. Er hat mich in seine Arme genommen. Ich habe dich so lieb, Alexi! Oh Gott! Warum bist du schwul? Genieß doch einfach den Moment und mach dir nicht so viele Sorgen. Okay? Das hast du dir verdient. Hilfe! Hilfe! Moment, ich mach jetzt gleich. Okay? Danke. Ich habe wirklich Glück, so einen Freund für dich zu haben. Ja, Schatz, Moment. Ich will nur noch das Gespräch hier beenden und dann klebe ich dich auf den Arm. Okay? Ah. Los, geh schon mal, bevor ich noch meine Taschentücher rausholen muss. Und damit werde ich den Part. Erstens, weil Annie nervt. Zweitens, weil ich schon lange genug aufnehme. Und drittens, es passt sehr gut, weil wir jetzt auf der Suche nach unserem Liebhaber sind. I mean, Kessiel. Äh. Nach dem Teufel. Ähm. Annie streichelt mich. Er ist so süß. Also, ich habe viel zu lange aufgenommen, aber egal. Viel, viel länger, als ich geplant habe, aber egal. Wenn euch dieser Part gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal, drückt auf gefällt mir und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es denn wieder heißt Let's Play Sweet Amores und noch andere Sachen, denn ich mache auch noch mehr als nur Sweet Amores. Wie gesagt, ich bin kein Sweet Amores Kanal. Ich mache auch noch andere Let's Plays. Also, bis dann. Bye. Bis zum nächsten Mal.